Diese Botschaft, Jehova Jireh, von Bruder William Brannham, wurde auf Wednesday, August 17, 1955 in Karlsruhe, Deutschland. Diese Sermon wurde in Deutschland verwendet, als Bruder Brannham original diese Botschaft in 1955 geschrieben hat. Diese Botschaft, Jehova Jireh, von Bruder William Marion Brannham, wurde am Mittwoch, dem 17. August 1955 in Karlsruhe, in Deutschland, gepredigt. Die Predigt wurde während der Originalaufnahme 1955 ins Deutsche übersetzt. Ich, der geringe Diener des Herrn Jesus Christus, grüße euch. Gott, peace be with you all. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Bistern Abend hatte ich keine Gelegenheit, meinen Text zu vollenden. Ich war zu einem Punkt gekommen in der Schrift, wo ich versuchte, die alten Leute zu ermundern. So, dass wir wissen dürfen, wenn wir alt sind, hat Gott uns nicht verlassen. Er liebt uns immer noch. Er vergisst uns nie. Er sagt, eine Mutter mag ihr kleines Kind vergessen, aber ich werde dich nie vergessen. Du bist in die Flächen meiner Hand eingegraben. So, wenn wir also alt werden, so brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Someday, an einem Tag, werden wir wieder hier auf Erden sein. Young men and young women. Als junge Männer und junge Frauen. Und werden nie wieder alt werden. Ist das nicht wunderbar? Ich bin so glücklich darüber. Und dann, während wir hier sind, liebt er uns. Und er wird uns nie verlassen. Neither will he ever forsaken. Noch uns im Stiche lassen. Er sagte, er wird bei uns sein, bis zum Ende der Welt. Ich bin so glücklich darüber. Nun, nach heute Abend haben wir nur noch zwei weitere Abende. Ich wünschte, wir hätten längere Zeit. Gerade dann, wenn wir einander allmählich kennenlernen, dann müssen wir wieder auf Wiedersehen sagen. Es scheint so, als ob um die ganze Welt herum ich liebe Freunde treffe und dann muss ich auf Wiedersehen sagen. Aber ich schaue auf den Tag aus, wo wir uns treffen und nie wieder auf Wiedersehen sagen müssen. Wenn Jesus kommt, dann werden alle Nöte vorüber sein. Und das ist der Tag, nachdem wir alle ausschauen. Und nun, damit wir dessen sicher sind, hat er uns sein Wort gegeben. Und er ist von den Toten auferweckt. Und er drückt seine Liebe aus gegen uns alle. Ist das nicht wunderbar? Macht es dich nicht glücklich, dass du ein Christ bist? Ich möchte lieber ein Christ sein als irgendetwas anderes. Und ihr wisst, wenn ich in alle Nationen gehe, zu den Weißen, zu den Schwarzen, zu den Braunen, und zu den Gelben, und zu den Roten, es sind alles dieselben. Wenn sie Christen sind, dann lieben sie einander. Kürzlich, als in Finnland ein kleiner Junge vom Tod auferweckt wurde, viele von euch haben davon gelesen, an dem Abend, als man mich zurückbrachte, in die Halle, da standen russische Soldaten an der Straße entlang. Und finnische Soldaten brachten mich hinein. Und als ich vorüberging, da standen sie da, gaben ab, und hielten ihre Hand, und Tränen rollten ihre Wangen herab. Und als sie um das Gebäude herumkamen, da haben sie ihre Arme um die finnischen Soldaten herumgelegt, und haben einander eingehakt, und haben sich auf die Schulter geschlagen. Christus ist die Antwort für jedes Problem. Und es ist die Antwort dafür, alle Menschen zu Brüdern zu machen. Gott hat aus einem Blut alle Menschen erschaffen. Wenn ich oder du krank wären, und wir Blut brauchten, so könnte der Schwarze uns Blut geben, oder der Gelbe Mann, oder irgendein anderer Mensch. Aber Tierblut könnten wir nicht nehmen. Es würde uns umbringen. Gott hat aus einem Blut alle Menschen erschaffen. So sind wir also Brüder über die ganze Welt hin. Nun möchte ich meinen Text fortsetzen. Und er fand sich im ersten Kapitel, im ersten Buch Mose 24, und der Text war Jehova Jireh. Nun, Gott hat sieben zusammengesetzte Erlösungsnamen. Nun, in diesen zusammengesetzten Erlösungsnamen, da war es Gott, der seine gegenwärtige Einstellung zum Ausdruck gebracht hat für alle seine Geschöpfe. Was er für sie sein wollte. In allen Generationen. Du kannst nicht voneinander trennen seine zusammengesetzten Namen. Nun, in Washington, D.C., da ist mein Name ausgezeichnet. Und dort ist niedergelegt, welcher Nationalität ich angehöre. Wer mein Vater und meine Mutter waren. Und wie schwer ich gewogen habe, als ich auf die Welt kam. Und meine Beschreibung. Mein Fingerabdruck. Ihr seht, es ist der Ausdruck der Nation gegenüber. Wer ich bin. Und William Branham. ist dort in Washington ausgezeichnet. Das ist mein Ausdruck der Nation gegenüber. Das ist mein Name. So als Gott vom Himmel herabkam um König zu sein über die Erde, da hat er sich selbst ausgedrückt seinen Untertanen gegenüber und sieben zusammengesetzte Erlösungsnamen dargetan. Jehova Jairah Jehova Jireh war sein erster Name. Er bedeutet, Gott wird für sich selbst ein Opfer ersehen. Der nächste zusammengesetzte Erlösungsname ist Jehova Raphat. Das bedeutet, ich bin der Herr, der dich heilt. Und so geht es weiter. Jehova unser Feldzeichen, unser Friede, unser Schild, unsere Gerechtigkeit, das ist, was er für uns hat. So können wir diese Namen nicht abbrennen. Wenn er immer noch Jehova Jireh ist, dann muss er auch Jehova Raphat sein. Wenn er unser zuvor ersehendes Opfer ist, dann muss er auch unser Heiler sein. So their names are inseparable. So sind die Namen untrennbar. Wenn wir ihn als Retter annehmen, dann müssen wir ihn auch als Heiler annehmen. Als unseren Frieden, als unseren Schild, als unser Banner, alle diese Erlösungsnamen, das ist Gottes gegenwärtige Einstellung den Leuten gegenüber und ist immer dieselbe. Nun, ich denke, dass Gott alles getan hat, was nur getan werden muss. Nun, zuerst wird das Alte Testament als Sinnbild genommen. Er sandte das Gesetz. Dann sandte er Propheten, um das Gesetz wieder zurechtzurücken. Das Gesetz war für die ganze Nation. Der Prophet war um das Übernatürliche darzutun. Das Gesetz war der Leiter des Gesetzes. Aber der Prophet war ein übernatürliches Zeichen. Und was er für Israel tat, das tut er für die Gemeinde. Heute, da ist die Bibel, ist die Leiter. Es ist die Expression of God gegen sein Volk. Es ist die Lichtpause, aufgrund deren die Gemeinde aufgebaut werden soll. Der Errettungsplan. Wie man leben soll. Wie man die Nachbarn behandeln soll. Und seine Verheißungen. Dann, danach, sendet er den Heiligen Geist um sein Wort zu bestätigen. Und um dies zu tun, gibt er die Gemeinde zuerst Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten. All diese sind für die Vollendung der Gemeinde. Das sind Gemeindedienste. Nicht Dienste hier auf Erden, sondern sie kommen vom Himmel. Dann in der Gemeinde sendet er Gaben der Heilung, Gaben der Prophetie. Nun, es ist ein Unterschied zwischen der Gabe der Prophetie und einem Propheten. Das eine ist die Gabe der Prophetie und das andere ist ein Prophet. Die Gabe der Prophetie muss beurteilt werden von zwei oder drei geistlichen Leuten. Es kann heute Abend auf eine Person kommen und morgen auf eine andere und am nächsten Abend wieder auf eine andere. Was ist das? Es ist die Gabe in jedem örtlichen Leib oder Körperschaft der Gemeinde. Aber ein Prophet ist was anderes. Sie werden geboren zu Propheten und sie wachsen auf als Propheten. Alles, was sie sagen muss wahr sein. Alle Zeit oder es kann nicht erkannt werden als Prophet in der Office. Nun, Gott hat wunderbare Dinge für uns getan. Er möchte nicht, dass auch einer verloren gehe. Er möchte, dass wir alle heimkommen zu ihm. Wir haben nicht viele weltliche Güter, sondern wir schauen aus nach einer Stadt, deren Baumeister und Gründer Gott ist. Und er liebt uns so sehr, deshalb tut er diese Dinge für uns. Er möchte, dass ihr ihm nur glaubt. Nun, Gott muss sein Wort halten. Das ist ein Gesetz, das das zum Ausdruck bringt. Wenn du ein Wasserstoffatom nimmst und zwei Oxidänen, Sauerstoffatome. Nun, wenn das zusammenkommt, the law of chemistry so bestimmt das Gesetz der Chemie und der Naturwissenschaft will make water every time. Dass jedes Mal dann Wasser entsteht. Es muss. Wenn es so im Anfang gemacht wurde, so muss es auch jetzt geschehen. Und ebenso ist es mit Gott. Wenn Gott ein Gesetz geschaffen hat, sein Wort gesprochen, so muss er es halten. In the Old Testament, im Alten Testament, in the New Testament, forever he has to keep his word. Denn immer muss er sein Wort halten. Wenn er damals Jehova Jireh war, he was Jehova Jireh in Genesis, so war er Jehova Jireh in der Genesis, im ersten Buch Mose. Er war es bei den Propheten. Er war es im Gesetz. Er war es in Jesus. Er war es in der Urgemeinde. Er muss es jetzt sein. Und wenn die Leute ihm im ersten Buch Mose glauben, im Gesetz, in Christus, in der Gemeinde, so ist sein Gesetz zwingt ihm dieselben Dinge zu tun, wie er am Anfang getan hat. Wenn das nicht so ist, he did wrong in the first place. Dann hat er ja am Anfang, am ersten Mal falsch gehandelt. Also er muss dasselbe tun, um Gott zu sein. Wie ich euch gesagt habe, was wäre es uns nütze, einen Gott der Geschichte zu haben, wenn er nicht heute derselbe Gott ist? Das würde uns nichts nützen. Das ist so wie bei uns im Lande. Unser erster Präsident war George Washington. Das gehört der Geschichte an. Das hat heute kein Nutzen mehr. Heute müssen wir einen anderen Präsidenten haben. Washington war in seinen Tagen damals in Ordnung. Aber Washington allein er ist jetzt gegangen. Er würde uns heute nicht mehr helfen. Sieht ihr, was ich meine? Nun, wenn Gott nur für Moses Gott gewesen wäre und er wäre heute nicht mehr da, was würde das uns helfen? Aber er ist der Gott des Moses. Er ist der Gott des Elijah. Er ist der Gott des David. Er ist der Gott des Christen. Er ist der Gott der Urgemeinde. Er ist der Gott der Urgemeinde. Und er ist der Gott heute. Mit demselben Gesetz. Compelled to his redemptive name. Er ist er gezwungen und gebunden an seine Erlösungsnahmen. Er muss die selben Dinge tun. Oder er ist nicht Gott. Oder er ist nicht Gott. Ich wünschte, wir könnten alle das sehen. Und es annehmen. Es würde die Dinge umwandeln. You do not see in Bible terms with your eyes. In biblischen Ausdrücken gesprochen, ihr seht nicht mit euren Augen. You see with your heart. Ihr seht mit eurem Herzen. Jesus sagte zu Nicodemus, Verily, verily, I say unto you, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. It doesn't mean look at. It means understand. And when we can understand God's attitude towards us, when God's compelling to give their blessings they say unto them that he promised to his redemptive name. Jesus' name. Now, have we left Abraham right now? For God had turned him and Sarah back to a young woman. It's proven. Because that she was a young woman, we found out that at Amalek the king fell in love with her. and God rebuked him. Why? Out of that stream of blood was coming the Lord Jesus. So the Jewish blood must be kept clean until Jesus comes. And so he protected Sarah. after a bit, after a few months, a woman near a hundred years old, gave birth to a baby. Don't you see the beautiful type? Seht ihr nicht diesen wunderschönen Vorbild? With the world, it was impossible. Es war unmöglich bei der Welt. But with God, aber bei Gott, all things are possible. It was a type of Jesus. Es war ein sinntbild Christi. For he was the father's only begotten son. Denn er war der eingeborene sohn des Vaters. And Mary had a child knowing no man. Und Maria hatte ein Kind und kannte keinen Mann. Impossible Es war unmöglich without God. Ohne Gott. Now, when Abraham's boy, Isaac, was born, nun, als der kleine Junge Abraham, Isaac, geboren wurde, er nannte ihn natürlich Isaac, welches heißt der Verheißene, der Verbrochene. God had promised Abraham, had changed his name, had seinen Namen umgewandelt from Abram to Abraham. Er wollte ihn zu einem Vater der Nationen machen. In that line, he's the father of Germany. ist er ein Vater Deutschlands. He's the father of America. Er ist der Vater Amerikas. And of Sweden. Und Schweden. Everywhere. Und überall. Der Vater der Nationen. So he was going to take this boy and was going to and was going to through him bless all nations. You see what he was. He was a type of Christ. Er war ein Vorbild Christi. Born the impossible ways. Auf unmögliche Weise geboren. The only son of the father. Der eingeborene Sohn des Vaters. And every way he typed Christ. Und überall hat er Christus als Vorbild vorgeschattet. Now Abraham. Nun Abraham. When the boy was about 16 years old. Als der Junge etwa 16 Jahre alt war. God was going to show to Germany. Da wollte Gott Deutschland zeigen and the rest of the world how perfect he keeps his word. He gave Abraham a double trial. Now he said Abraham You're about 116 now. And here's your little boy Isaac that I promised you Now I want you to take this boy and take him up in the mountain and they're killing Now how is he going to be the father of nations when he's going to destroy the only thing that he has to be the father? How is he going to do it? But notice Abraham never questioned God I can imagine that poor old dad taking his boy hold him up look at him stroke his hair back pat him on the cheek put his bearded face against his soft teeth he said it in his heart I can't tell his mother he wouldn't understand maybe so he got some servants saddled up some mules and took a three days journey back in the wilderness now an ordinary man can walk about 40 kilometers a day I suppose that would be about right I can walk 30 miles a day myself now an ordinary man could walk that many miles in a day so how far back would he be in the wilderness Sarah thought he was going back to worship so actually he would travel three days so nachdem er also drei Tage gereist war then he lifted up his eyes and way farther in the wilderness he saw the mountain I don't know how much farther it was but he went on to the mountain did you imagine how that father felt knowing he was going to take the life of his own son and when he stopped the mule now German people listen just a moment look at Abraham what he said to the servant he said you wait here while the lad and I go yonder the lad and I shall return praise God how is he going to return he's going to kill him how can the lad return oh listen in his heart he knew that God was able to raise him up from the dead for he had received him as one from the dead my dear brothers can't you understand now when God shows supernatural with his word he expects you to believe it he promised Abraham and then he was supernatural and then he was supernatural had screwed it to Abraham God said in these last days that he would pour out his spirit and he would show the same signs that he did in the beginning there'd be a farmer and latter rain together we're seeing it we should believe with all of our hearts here's his word it proves it his spirit comes nightly shows the supernatural knowing that it's got to be spirit now he can't heal you he wouldn't let me heal you for that's his finished work he's already did that at Calvary so he wants you to believe that he has did that for you do you understand say amen it is only the love of our father that loves us so much that he sends his word he sends his minister to preach the word then he sends gifts into the church with his arms spread out trying to get you to believe it he wants to heal you tonight a thousand times more than you want to be healed but you're afraid you go by how you feel because you've regarded that you've lived by your feelings that your whole life has been wrapped in that but you must get away from that and act on God's word not what you feel not what you see what God says and act on that make a confession of that confess means to say the same thing and he's at the right hand of the father with his own blood to make intercessions on your confession now he cannot do anything for you until first you accept it and confess it and then he can act on for he's a high priest of what you confess that he is to you do you get what I mean? see his supernatural he was showing to Abraham he is also showing to you when Abraham started to offer up little Isaac he didn't worry one bit he knew that God was able and he had promised through Isaac he would bless the world so he got the wood together and laid it on Isaac's back did you notice there goes the father up the hill da geht ein Vater aus den Hügel hinauf Isaac behind in his son Isaac sein Sohn hinter ihm packing the wood mit dem Holz beladen that he was go to lay on to be crucified auf das er gelegt werden sollte um dann gekreuzigt zu werden what a beautiful kite was ein wunderbares Sinnbild of the father des himmlischen Vaters leading his leading his son Jesus der seinen Sohn Jesus with the same cross mit demselben Kreuz that he was to be nailed on auf das er genagelt werden sollte auf Golgatha auf Golgatha a beautiful picture ein wunderbares Bild und als er auf den Berg hinauf kam he built the altar da hat er den Altar gebaut und made the fire und das Feuer angezündet und der kleine Isaac er schaute zu seinem Vater er sagte Vater er sagte hier bin ich mein Sohn er sagte hier ist der Altar und hier ist das Feuer und hier ist das Holz aber wo ist das Opfertier dann kam der kreuzvolle Moment keine Schwingung in seiner Stimme er sagte mein Sohn Gott will ein Opfer ersehen Amen So wird er genannt Jehova Jireh Der Herr wird ersehen himself a sacrifice für sich selber ein Opfer alle Sinnbilder wurden erfüllt in Jesus Christus er ist das von Gott zuvor ersehene Schlachtopfer Now look Nun zieh her Abraham pulled a big knife out Abraham zog das große Meter hervor after tying his son's hand and sawing his head back and was fixing to cut his son's throat und machte sich fertig und machte sich fertig um den halb seines Sohnes zu verkreihen and when he drew up his hand und als er seine Hand emporhob something screamed da hat etwas geschrien the Holy Spirit caught his hand der Heilige Geist hat seine Hand gebannt said Abraham said Abraham hold your hand I see that you love me and what happened then Abraham turned around Abraham kehrte sich herum and there was a ram it was a male sheep it was hooked in the wilderness by corn und es hatte sich durch seine Hörner in der Wüste verfangen and when he began blading und als es zu bluten begann where did that ram come from ja da er fragte woher kam dieses Lamm I want to ask you something nun ich möchte euch etwas fragen where did it come from woher kam es denn Abraham Abraham was 150 km back war 150 km zurück from all of his uh civilization von der ganzen Zivilisation entfernt from all sheep von allen Schafen and all that there was of animal von allen Lebewesen die da waren und listen und hört her he was on top of the mountain er war auf der Spitze eines Berges where there is no water wo es kein Wasser gibt how did that ram get there wie ist denn das Lamm hinausgekommen where did it come from woher kam es denn 150 km away from civilization 150 km von der Zivilisation entfernt up on top of the mountain aus der Spitze eines Berges where there is no water wo es kein Wasser gibt and there was a ram und da war ein Lamm oh oh God will provide himself a sacrifice it wasn't a vision das war keine Vision he never saw a vision of the ram er hat nicht eine Vision des Lammes gesehen for Abraham picked the ram up and laid it on an altar hat es auf den altar gelegt and killed it hat es getötet and blood ran out of it blut ran heraus it wasn't a vision das war kein Gesicht what was it was war es denn it was Christ es war Christus the lamb das Lamb slain from the foundation of the world erschlagen geschlachtet vor Grundlegung der Welt it wasn't a vision das war keine Vision hört her Gott sprach und rief es in Existenz in einer Minute und nahm es die nächste Minute heraus he will provide er wird ersehen ein Opfertier er wird einen Weg vorsehen für deine Heilung er wird einen Weg ersehen für deine blinden Augen er wird einen Weg ersehen für diese Krebs aus dass er dich verladet diese Magenbeschwerde dass ich von dir weise und meine Brüder und meine Brüder er hat es ersehen schon in Jesus Christus das Lamb slain from the foundation of the world geschlachtet vor Grundlegung der Welt has been provided for your sickness tonight er ist ersehen worden für deine Krankheit heute Abend er hat es im Buch niedergeschrieben er hat den Heiligen Geist getan er hat ihm die Gemeinde gaben gegeben nun es ist nicht Gottes Fehler es würde unser eigener Unglaube sein stimmt das nicht wenn wir es nicht empfangen dann ist es nicht Gottes Fehler do you believe that glaubt ihr das mit all your heart von eurem ganzen Herzen that Jesus Christ das Jesus Christus has been provided ersehen worden ist als das vor Grundlegung der Welt geschlachtete Lamm für deine Errettung und deine Heilung do you believe that glaubt du das erhebe deine Hand thank you danke euch you are very lovely ihr seid sehr lieb I like you German people ich habe euch Deutsche gerne I like the way you take things ich habe die Art gerne mit der ihr die Dinge anfasst you're not sliding ihr seid nicht so slidy that's um you just jump at anything ja ihr seid ihr springt nicht so gleichgültig auf irgendwas los but it can be proven sondern ihr wollt Beweise haben you are looking for a solid foundation ihr schaut nach einer soliden Fundierung aus that's what you're looking for now daraus schau dir auch jetzt aus that's what you're looking for to reunite yourself und das möchtet ihr auch haben ich bete jeden Tag that one day dass an einem Tag Germany in Deutschland will all be together again alles wieder zusammen sein wird no iron curtains und kein eiserner Vorhang Mothers and Fathers can be together dass die Mütter und Väter wieder zusammen kommen dass die Söhne und Mütter wieder sich treffen und dass die Familie wieder vereinigt wird alles unter der Leitung des Allmächtigen Gottes Gott gebe es als sein armer unwürdiger Servant Diener I am here tonight bin ich heute Abend hier to try to do my part um mein Teil dazu beizutragen to let you know um euch wissen zu lassen Gott wird es tun I know I am a very poor servant ich weiß ich bin ein sehr armer Diener I wished I had some other way ich wünschte ich hätte einen anderen Weg that I could present him to you dass ich ihn euch darbieten könnte but this is the only way he could trust me with I suppose aber das ist der einzige Weg aus dem er mich betrauen könnte ich bin so unwürdig I am unworthy of his blessings ich bin seiner Segnung und unwürdig but what he has did for me it makes me love him so and I love my brothers that I have come for that purpose so don't feel suspicious it grieves the Holy Spirit and that's the reason things are not happening the way they should und und diese Vernünfte leihen lassen die Dinge dann nicht so geschehen wie sie geschehen sollten you've had now several days you have time to read the Bible and you see him working confirming the word now I don't want to see these wheelchairs and things sitting here it grieves my heart but I can't do nothing about it I'm only a servant I can just bring his word and do what he tells me to do and I'm sure it's not his will for this to be it would be his will for all of you to be well the Bible said I would above all things I would above all things that you prosper in health he wants you to have health and I know if you'll believe him he will give you health shall we pray our heavenly father we bring to you this night this lovely audience of people as I look at them see gray hairs on their head wrinkled face many see the young women beautiful the young men beautiful just in the bloom of life look laying here with people with sickness some are crippled some of them are afflicted and some of them has cancer and some of them with heart trouble oh god be merciful now we father we do not wish you to perform miracles that we might believe for thou hast said that a weak and adulterous generation seeks those things i realize that a cripple man may live an ordinary lifetime but father a man with heart trouble can't live long without your health but father we pray that you will just pour out your spirit and heal the heart trouble the cancer the tuberculose and all all the cripples the lame the blind oh dear god come won't you stretch out your arms over the tent drive away all unbelief and let your lovely son jesus come into every heart we ask it for your glory in jesus now father i am your humble unworthy servant oh you took me from the sheep coat a little old boy no education and give me the privilege to come talk to your people and and with your gift that you gave to your unprofitable service i am ashamed father i haven't done no more than what i have but dear father forgive forgive me and help me and help me to show thy love to the people and make me a better servant in my feeble efforts bless them tonight father and stretch forth the hand of your holy child jesus and heal the sick while we ask it in his name thy only beloved son jesus christ amen the handkerchiefs are to be prayed i wish to pray for them now oh you wouldn't mind if i'd ask you to bow your head with me and pray too i want you to pray with me this is somebody sick what if it was your mother and the doctor said she couldn't live you know how you love her it's somebody's mother somebody's little child so let's be sincere and ask god earnestly to bless the feeble effort that we have will you bow your head dear heavenly father we love you so much tonight we love you so much and we're so thankful that you have made it so simple for us that you have made it so simple for us that you have made it so simple for us not where we have to pay for anything not where we have to pay for anything not where we have to do any merit 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 but just simple sondern ganz einfach in kindlichem Glauben kommen um deinem Wort und deinem Geboten gehorsam zu sein. Nun, Vater, ich bete über diese Tieflein und wo im Augen sie hingehen mögen, mögen sie gesegnet sein und wenn sie auf die Kranken gelegt werden, mögen sie gesunden. Oh, Vater, höre unsere Gebete. Schau ab auf deine Kinder, die jetzt beten. Hör ihr Gebet und sende diese Tieflein zu den Kranken und die in Not sind. Wach über sie, Vater. Wir sind so dankbar, dass sie Vertrauen in dich haben und du hörst unsere Gebete so wir senden sie im Namen Jesu deines Sohnes. Amen. Or to call the prayer line. Nun, wir möchten die Gebetskette aufrufen. Hier. Der einzige Grund, warum wir diese herausrufen, not, that doesn't mean they're going to be healed. ist nicht, dass wir meinen oder sagen möchten, dass sie geheilt werden. If I could heal anyone, I'd come down here and go to each one and heal everyone I would if I could but I can't and there's no other man can. And if Jesus was here, he could not only if you'd believe. der einzige Weg ist, dass du glaubst. Look, that sounds strange. Das hört sich vielleicht komisch an that Jesus could not heal dass Jesus nicht heilen konnte unless you'd believe er sei denn, dass du glaubst. When he went to his own country als er in sein eigenes Land ging the Bible says das Wort Gottes many viele mighty works viele mächtige Werke he could not do konnte er nicht tun because of their unbelief. Now if he was standing here tonight on this platform just like that you're looking at us and you'd come up to him and say Jesus will you heal me? He'd say child can't you believe that I have already done it? On Golgotha auf Golgotha I paid for your sickness ich habe für deine Krankheit bezahlt if you believe wenn du glaubst go and receive geh hin und nehm mir for here's what he said denn hier ist was er sagt as thou hast believed so wie du geglaubt hast so be it unto you so soll es dir geschehen he said now for myself er sagt für mich selber I can't do nothing ich kann's nicht ich kann nichts tun I do what the Father shows me ich tue was der Vater mir zeigt the Father shows me a vision der Vater zeigt mir ein Gesicht dann tue ich das was er mir sagt he's the same er ist dasselbe yesterday gestern today heute und für immer Halleluja now you just act du tust nur it's your faith nach deinem Glauben the ministry is not to come and pray for you das Predigtamt und mein Amt hier ist nicht dass ich komme für dich zu beten God didn't send me to pray for you Gott hat mich nicht gesandt für dich zu beten he sent me to speak to you er hat mich gesandt zu dir zu reden und wenn du see God confirming and telling that I've told the truth von dir Jesus zu zeigen und wenn du da siehst was hier geschieht und du siehst dass es Wahrheit ist by his word aufgrund seines Wortes und by his sign aufgrund seines Zeichen dann kannst du sagen the man has told the truth now Lord Jesus unser Herr Jesus he tells me er sagt mir that you love me dass du mich liebst and I have seen you answer the prayer und ich habe gesehen dass du Gebete hören I've seen you do things that isn't done no more since the disciple ich habe gesehen dass Dinge nicht mehr geschehen seit den Zeichen der Jünger so I believe you so ich glaube dir and I accept you und ich nehme dich an that settles it das bringt alles in Ordnung just go out believing so gehen aus dem Glauben and you get well und du wirst gesunden isn't that simple ist das nicht einfach es ist Gottes Liebe es ist Gottes Liebe nun wir werden einige hierher rufen auf das Podium um für sie zu beten weißt du warum ich das tue ist to get the anointing damit das Heilige Geist startet anfängt among the people und zu euch es bringt den Glauben und während der Glauben hier kommt he speaks to me da rede der Geist gerüst zu mir just like he did to the Lord Jesus genauso wie zu Herrn Jesus Christus gerät der woman hat touched his garment und sie war draußen unter Menschenmenge Jesus said someone's touched me Jesus sagt jemand hat mich handgerührt und everybody said not me jeder hat gesagt ich nicht und dann schaut er aus er hat das weit gesehen und er sagte dein Glaube hat dir geholfen es war ihr Glaube nicht Jesus sie hat die Kraft von Gott zu Jesus gezogen beobachte ob nicht dasselbe heute Abend sobald der Heilige Geist mit einer Salbung über die Menge kommt dann ist es genauso als ob die Gebetskette aufhörte dann geht dann geht dann geht bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.